Was geht ab, ihr Schwerverbrecher und Schwerverbrecherinnen? Ich bin es wieder, die Torhüter-Legende aus der Kreisliga C. Es ist Sonntag und wie jeden Sonntag bedeutet das Matchday-Männer. Wir spielen heute gegen Kosovo. Auch wenn es im Grunde um nichts mehr geht und wir können Platz 2 nicht mehr erreichen, wollen wir trotzdem immer unser Bestes geben. Wir wollen alle Punkte holen, die wir irgendwie holen können. Und genau das werden wir heute auch wieder tun. Heute ist Auswärtsspiel. Ab zum Spiel, würde ich sagen. Oh, Junge. AMG, Junge. Was weißt du davon? AMG. Ein Spaß. Ford. Was für AMG, Alter. Ford. Das Ford-Beste. Ich hoffe, ich werde es selbst erklären. Wer ist mit Tor? Wer ist mit Tor? Ich glaube, es wird eine Legende aus der Kreisliga C. Eingelaufen bin ich schon. Jetzt wird es gedehnt. Hallo, an mir die Follower. Ich bin ein paar Mal. Hier sind wir alle warm geschossen, oder ich bin warm geschossen. Ich würde sagen, abgehen in die Kabine und danach ab ins Spiel. Höfe! Gut, gut! Mehr, mehr, mehr! Jaaa! Jaaaaa! Jaaa! 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 Gut, gut! Gut, gut! Genau, gut! 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 Ja! 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 Das ist so ein Video, ey! Das ist so ein Video, ey. Nein, das steig ich noch verdammt hinten. Ja! 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 Sieben! 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 Hande! Hande! Geht, geht, geht! Jooooooo! Ja! FÜYTER, FÜYTER, FÜYTER! Kommt wieder! Eine ordentliche erste Halbzeit. Es steht 4 zu 2. Wir sind gut zurückgekommen ins Spiel. Da geht noch was. Hoffentlich ist der Sieg drin. Ja! Komm her, mein Bruder! Ja! 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 Ende! Ja! 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 Warum musst du stolz worden sein? Alle sind nur am vloggen. Nach dem Spiel, jetzt vor dem Spiel, wie man es so schön sagt. Nach 50 Minuten Arbeit ist es getan. Boah! Wie sieht das aus? Ja! Es sieht aus wie Sean Paul, Alter! Just give me the light! Und zur Krönung, zum Abschluss des Spieltages, dicke fette Eis. Einen gerunden 8 zu 2 Sieg, kann man halt auf diese Art und Weise feiern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!